Okay, ein Voodoo-Ree. Es kann unterhaltsam sein, mit einem Stuffed Animal herumzusitzen. Setz dir mal einen Voodoo-Hut auf, Kollege. Kannst mal aus dem Weg gehen, ob ich es sehen kann. Könnte ja sein, dass hier noch eine Slide rumfliegt. Aber er sagte irgendwas, von wegen, ist das Letzte. Ich gehe einmal kurz zu Tyranes Versteck innen. Kreidesägel. Die Glühbirne. Häng in there, buddy. Also, wir müssen diese Laterna Magica irgendwie zum... Leben erwecken. Was war das denn da eben? Da ist eine Lampe aufgeleuchtet. Voodoo-Sachen. Ja, 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 ja. Laterna Magica. Also, ich... Äh... Ich übersehe sicherlich irgendetwas. Also, ich glaube, dann werde ich hier mal... Stylish. Tatsächlich, also, ehe ich uns hier... Äh... ...die ganze Zeit koste, uns die Zeit stehle... ein paar Zuzu. Ich muss das wirklich alles Schritt-Schritt hier abgehen. Voodoo-Po... Ist das schön. Äh... ...wodoo-Po... 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 ...was auch immer ein Etagen-Buch... ...sein soll. Äh... Äh... ...also... ...no time for a sword fight. Ja, ja, ich weiß... Ähm... ...das hatte ich glaube schon. ...what you're going for here. Alter, was ist hier los? Äh... ...können hier... ...zu Teigrens Versteck innen. Ja, da unten ist immer so ne... ...so ne Lampe, was auch immer das soll. Warte mal. Ähm... ...nö. Es ist einfach nur wahrscheinlich, dass gespeichert wird, oder was auch immer. Ich werd mich hier nochmal ein bisschen umgucken... ...gibts denn hier vielleicht irgendetwas, dass man... ...doodles aren't really my fault. Okay, auch okay. In the Land of the Blind, a man with a jar of eyes is the king. Ähm... ...ne Kerze! Ach, der... ...looks unused. Okay. Äh... ...maybe it'll come in handy. War die vorhin schon da? Ich hab die vorhin nicht gesehen, als wir hier mit, äh, Amber waren. Alter, was für ein Gerödel, ne? Ähm... ...ja, das ist natürlich das... ...ne Laterna Magica kann man mit so ne Kerze betreiben. ...ja, ja, 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 ja. Er sagt nicht, dass wir jetzt noch was brauchen. Warte mal. Alterna Magica. Hm, as if this place wasn't creepy enough without flickering imagery. Ähm... ...warte mal. Tigran's Versteck innen. Können wir von dort aus vielleicht wieder zurück in Tigran's Versteck außen? Ähm... Umgeworfener Altar. Hm, what happened here? Weil wir brauchen doch was zum Anze... Ach, guck mal. Ja, also irgendjemand hat hier Tigran's, ähm... ...I'll just take these again. Äh, Voodoo-Sachen. I'll get them for this. Kaputt gemacht und, äh... ...Holz, Holz, kaputte Pflanze, kaputte Pflanze. Hey, eigentlich brauchen wir ja nur die Streichholzer. Ich hab mich nämlich gerade gefragt, wie kriegen wir die Kerze an? Ah, Alter, ne? Wirklich gar sehr... Äh, herausfordernd schon. Also, und ich fand am Anfang die Rätsel... ...so extrem... ...ähm, einfach... ...ähm, einfach... ...ähm? Wandgemälde. Ja, das ist ein Drei-Sachen. Eine ist mit sich, während die andere nicht. Hm, ich verstehe nicht. Mhm. Hm, als ob... Okay, und warte, nu? Das mit der Laterna Magica war jetzt machbar? Ähm, ist es vielleicht irgendwas außen wieder passiert? Ich werde mehr und mehr Clueless, meine Freunde. Ähm, Tigran's Versteck ist der einzige Ort, wo wir momentan hin können. Und ich habe auch schon wieder eine gewisse Überfüllung, weil ich hier zu viel trinke. Okay, also es sind gleich wieder 30 Minuten aufgenommen. Das wird heute sehr, sehr schrecklich zu schneiden sein. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie gebacken. Wir sind hier in dieses Hinterzimmer. Das ist das einzige, wo man jetzt irgendwas machen kann. Vielleicht muss man den Pansuzu nochmal entsprechen. Hey there, buddy. Got any tips? Your mother washes socks in hell. Alright, calm down. Okay. Okay. A two-headed snake. One is eating itself while the other isn't. Hm. I don't get it. Äh, ja, äh, man kann nur sich dieses Teil angucken. Ah, I'm not voodoo tired. Just... Pfff. Huh. As if this place wasn't creepy enough without flickering imagery. Okay. Okay. Ich sehe hier auch keine dieser Symboli. So, also, es ist eigentlich die Geschichte hier, ne? So, irgendwie im Zimmer. So, irgendwie im Zimmer. Dann hier, ähm, der, der, der Polizist, der sie nicht durchlässt. Dann wird sie gefangen genommen. Nun, wer und sie, äh, verlassen sich. Gegenseitig. Tigran ist versteckt innen. I don't get it. Kid. Karottensaft mit Bär? Ähm, ist das einzige, was mir momentan... Rotes Stoffstück. Not sure what your going for here. Ähh. Amber's Sachen. Äh, ja, hat sie... Ich gehe nochmal hier raus. And, da mache ich tatsächlich nochmal eine Pause. Und erzähle euch dann hinterher, Glasplatte? Halt! Alter, nö, ne? Entschuldigung, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Ist das die letzte? Ja, genau das gleiche hat er auch gesagt. Hm. Ja. Wenn ich diese Glasplatte da auch noch drauf anwende, die hatten eine Ecke ab. Was ist das? Es ist wie eine Narrative von unserem Fall. Was ist passiert? Wie kann Tigrin darüber wissen? Hm. Prognose. Every major event is here. Everything we did so far. How is this possible? Ach so, ja. Das sagt mir, was ich machen soll. Also wenn ein neues Element in der Inventar ist, dann macht es hier drödel-drödel. Und wenn ich auf der Karte irgendwo hin soll, dann macht es da drödel-drödel. Gut. Westport Casino. Ja, halte ich noch acht Minuten durch. Ja, komm. Ach ja. Oh. Unsere beiden Mustachemänner. Und zwei Mäuse-Detektive. Das war's. Das war's. Das war's. Was always done behind the scenes Besides, don't worry I'm sure King has more than enough stashed away He'll be fine Mind if I take notes? Knock yourself out, pal You know the drill No quotes, no names No problem Can't think of what'll happen next, you know What do you mean? You know what happens when someone steps on King's toes, Ted? He's seen him with his bread and butter He's not gonna let that slide I had a chat with him last night I have a feeling he's going to pass on this one Red? Yeah These are terrible times, Bear I know, Sam I wanted to talk to you about this, Ted Something is fishy in Paper City And it's not just a fish market You got that, too Huh Let's not talk about it here There might be some seagulls around What? Uh, nothing Anyway, I have a couple of leads left And the night's still young I'll catch you there tonight and we'll talk Sounds like a plan Anyways, I need to get closer So I can have a chat with that Barry fellow Brian? Yeah, that's what I said Those PCPD clowns are not going to let me get close, though I'm sure you have a way of circumventing these types of situations Usually I do But seeing as commissioner is here It'll take more than a pamphlet to get me inside this time Pamphlet? Don't worry about it Okay, also irgendwas ist hier wohl passiert Hey, where do you think you're going? PCPD officer Okay Wir haben hier einmal einen Schwätzer Das ist der Typ, der immer Blabbermouth oder so wie sie ihn genannt haben Sam, Blabbermouth, Murphy Ah ja Wir haben den also auch mal gesehen Also irgendwas scheint mit dem Casino passiert zu sein Also Casino niedergebrannt Also das Casino ist niedergebrannt Es würde mich jetzt sehr wundern Wenn hier keine kulturelle Referenz Zu Deep Purple Smoke on the Water wäre Sweatshop Exordium Werbetafel Canadian Cub For the bear in the know Who enjoys a good blend It's like it's talking to me personally Feuerwehr Seems like the fireboys arrived a little too late to the barbecue Seems like the fireboys arrived a little too late to the barbecue Wish I could shed some light on this freaking case Haha, schön Nee, also Smoke on the Water They burned down the gambling hall It died with an awful sound Würde mich sehr wundern It's like a building But, you know Drawn Haha, schön Polizei Auto There must be a gambling joint nearby Oh, that's right There is Hier Die Mäuse Das sieht aus wie Mäusedetektive Das ist doch auch eine Referenz These guys sure don't have it easy With that fire started roaming the city A fire started Two stupid dogs Normalerweise nennt man ja auf Englisch Die Bullenpigs, ne? Also ich nicht, ne? Ich bin ja nicht böse Please move away, sir This here is a crime scene Oh, okay For a second there I thought it was next God damn it, Dudley What? The official statement, man Oh yeah Please move away, sir There's been a terrible accident And there's nothing to see You guys mind if I have a quick chat With your fellow police officer there Bradley Brian? That's what I said No one's allowed Okay, never mind I see Locke's here Seems strange He would come down to investigate An accident The commissioner's here Because of the press It's better if he deals With the media himself I can imagine Hey, buddy Who the hell are you anyways? Me? Oh I was just on my way to work When I saw the sky light up Like a god damn 4th of July You know And what is it that you do exactly? Ähm Ich bin Anwalt Ich bin ein Schauspieler Ich unternehme Reise in Vertretung Für andere Leute Ich bin ein Anwalt I'm a lawyer Another one You people are like Vultures Hey Well Yeah I'm actually with you On this one I'm an extra I take these gigs On the side To kickstart My acting career An actor? Hmm? Anything we might have seen You watch a lot Of Indonesian cinema? Is that even a thing? I'll just pretend I didn't hear that Savages Hey, give this Indonesian keynote überhaupt I take vacations Instead of other people I take their money Go on a vacation And send them A bunch of photos My clients swear It's like they went There themselves Oh, that sounds great Man, I wish I had some money To pay you to go somewhere I always wanted for someone else To visit China Instead of me I hear the have dragons there Oh, tschüss There's that guy That one cop What was his name again? Immer das gleiche Hey, what do you think you're going? I don't think so, pal I don't think so, pal Okay, also Wir können wohl nicht hier raus Seems like the fire Wir können hier wohl nicht raus Aber So, buddy I'm a lawyer Another Hey Okay, also An extra An actor You watch out Is that evil I'll just pretend I'll just pretend Tschüss Hey, what do you think Diese Sperren hier Machen nischt Die kann ich nicht ansprechen Das ist ja mal seltsam Warte Was kann ich mit dem Schwätzer Vielleicht noch bereden Geht da was You have any dirt on those Two idiots by the site Just Anything Ah Well, the one on the left Is Dudley He got married recently His wife, Mary Works over at Paper City General As a nurse The other one is Bob He was the best man At Dudley's wedding Rumor has it Mary and Bob Used to date in high school Well That's an angle If I ever saw one Do your worst, buddy Okay Ich arbeite drüben Beim Paper City General Really? My wife works there too Do you know her? What's her name? Mary Mary Robbins She's a A nurse? I know Mary Such a sweet girl She's always telling me about you, Bob You're a lucky guy Let me tell you Yeah, she is And, uh Wait Bob? My name's Dudley He's Bob What the hell? Oh, I'm sorry She's always telling me about her high school sweetheart And how he's so handsome And I just thought You know what? Forget I said anything Mary said I'm handsome, huh? Come on, man It doesn't mean anything I mean It could have been any number of Mary Robbins Down at the Paper City General Or Mary didn't think their high school boyfriends Are handsome still Yeah I guess you're right Denial, man Look it up Alter, is that gemein So, what are your plans now? Äh, äh Äh, Sandbox Beach, Backyard Town, China? Äh? Äh? I'm heading down To the sunny Sandbox Beach I hear it's really something Uh, something? It's a beach, pal I mean I might go to Backyard Town Now that Bruno the Dog is gone The place has really flourished, you know Yeah I hear it's great down there now I'm actually going to China I hear they have dragons there That's a must if you ask me Oh, no You're going there? Really? I'm so jealous I want to murder you Just kidding But, but no, really Can you bring me back some photos? I would love to see them, man You got it, pal Consider it done Great You're such a great guy So, tschüss Äh Liebe Leute von heute Ich mache jetzt mal eine Pause Die habe ich mir jetzt gut verdient Alter Schwede Also, manchmal ist es ein bisschen schwer da durchzuschauen Aber wir schaffen das Wir schaffen das Und, äh Wenn alles gut geht Schaffe ich heute in dieser Aufnahmesitzung Doch tatsächlich den Rest des Spiels Denn so umfangreich scheint es nicht zu sein Das kenne ich anders von, äh Point and Clicks Also, wenn ich da an Gabriel Knight denke Gabriel Knight 3 ganz besonders Oder halt, äh Die, ähm Äh Baphomits Fluch Serie Äh Da reden wir später nochmal drüber Äh Ehe das hier zu Ende ist Äh Da muss ich wirklich sagen Das ist ein Tiny Game Es ist wirklich klein Es ist klein Die Rätsel sind manchmal ein bisschen knackig Manchmal bin ich auch einfach nur zu blöd Wie zum Beispiel mit dem Diagramm Das ist einfach andersrum Okay Wir sehen uns übermorgen Zu einer neuen Folge Und dann schauen wir mal Was hier passiert ist Und wie wir weiterkommen Ich sage Ciao Mit, äh Es wie Smoke on the Water Wo garantiert hier noch irgendeine Referenz kommt Wenn nicht, dann haben sich die Leute von Exordion Games Da wirklich was entgehen lassen Und dann schauen wir uns über die Leute von Exordion Glocken 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 Glocken